Was geht Leute? Hey, ich filme gerade auf meinem Handy, weil ich euch ganz kurz die Info geben will, wann das Projekt startet heute. Wir fangen mit Canyon 2.0 um 20.15 Uhr bis 20.20 Uhr an, in dem Zeitraum. Also 20.15 Uhr bis 20.20 Uhr, weil um 18 Uhr kommt ja noch das EM-Spiel, Deutschland gegen Slowakei, glaube ich. Das wollen wir natürlich alle gucken wahrscheinlich, deswegen fangen wir dann um 20.15 Uhr an. Das EM-Spiel geht von 18.00 bis 20.00 Uhr und dann haben wir immer noch eine kleine Viertelstunde Pause und dann fangen wir mit Canyon 2.0 an. Ich freue mich, kommt auf YouTube, wir streamen nicht auf Twitch, sondern auf YouTube, wie gestern Abend, als wir Rocket League gespielt haben. Also bitte auf YouTube kommen und da auf den Livestream, auch bei YouTube Gaming, nicht auf Twitch. Ja, vielen Dank, ich freue mich auf euch, bis heute Abend, haut rein, tschüss.